Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Jahr am Bugle. Wir sind inzwischen heute bei einem Viertel der Adventszeit. Der sechste steht an und drei weitere Turbo-Start-Packs. Wir werden ja mal sehen, wie viele Florges Turbo wir heute bekommen. Ich fühle mich immer noch dezent getriggert, weil ich nehme hier das ja alles in Folge auf. Und wenn man in so kurzer Zeit dreimal dieselbe Turbo zieht, ist das ein bisschen deprimierend. So, und mal gucken, ob es heute auch die erste Ausnahme gibt, dass entweder bei einem Pack, in dem nur eine Rare ist, mal die Rare besonders ist, oder in einem, in dem zwei Rares sind, keine besondere. Wobei mir der erste Verlierer wäre. Aber er tritt noch nicht ein. Denn, ähm, jetzt kommt ja erst wieder ein Florges... Oh, zwei Rares. Das heißt, es kann da sehr wahrscheinlich... Oh, cool, das Artwork. Es ist vermutlich was Besonderes dabei. Oh, was? Kein Florges Turbo. Oh, aber ein Cresselia Reverse Rare. Mh, schade. Negativausnahme. Das ist nicht so cool. Ja, dann das letzte Pack für heute. Wird etwa Nikolaus der erste Tag, an dem ich keine Geschenke bekomme in diesem Adventskalender? Dann gucke ich genau so. Hier, guck. Seht ihr? Genau so gucke ich dann. Eine vorbestellte Fahrkarte. Und... Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Vielen Dank.